ja alle leute und hallo und herzlich willkommen mit seiner Wette an Aufnahme Rocket Leech zusammen mit Tiag und Gary ich bin wieder dringend hoffentlich diesmal mit weniger lags und ohne Serverabstürze aber ich habe trotzdem noch lags, habt ihr auch noch lags? ja schon, aber es scheint nicht viel zu stören aber für ein 28er Ping rückelt mein Spiel zu stark also da haben die Server immer noch Props ich sehe aber mein Ping ist jetzt auch wieder in Ordnung ja dein Ping ist auch wieder richtig nice im Kanal 28 ich habe auch diese leichten lags bei mir ging es gerade voll gut ja ich glaube die haben auch ja Sven, saugut ja Sven, saugut Do you also have these fucking lags? naja aber wir sind jetzt schon eingespielt mit Lex, ne? wir können das halt auch nicht jo da muss man halt dann spekulieren hat ihn einer? jo dein Spekulier hau ach komm jetzt wird es aber länger geschmattig schau dir den geilen Schuss an du hast ja sehr schön aus wie du so aneinander vorbeigeflösen ja du hast ja bitte in der Fall die gehen jetzt sehgleich auf ja locker boah hey geh mir aus der Sonne ich bin ja auch auf dem Weg jetzt geh weg oh verdammt stehen wir uns gegenseitig mehr im Weg als die Gegner uns irgendwie ich habe erst überlegt ob ich schieße aber wäre das gar nicht wie ein Eigentor geworden ne ja komm wär dem Spiel glaub ich auch egal oh der kommt jo schön nein der geht auch noch rein oder was? ja der wär rein hätte der nicht geklappt der wär ja oh der geht auch oh schade oh sehr schön ich dachte schon der schießt ihn jetzt einfach noch rein so es hätte doch gefehlt Geri du mit damit du auch mal was abkriegst ja sehr schön jetzt bin ich schon wieder das schlechteste hier aber ja diesmal ich wollte schon sagen diesmal muss ich einfach besser sein mit meinen Hardcore-Skills ich fahr rechts ich fahr wow ok dann schieß ich ihn halt weg auch egal das war meiner ja dann hättest du ihn halt noch nach oh nein wie sie alle ja ich war eigentlich drauf vorbereitet ja ich hab wieder abgedreht wenn ich in einem perfekten Schuss landen können ja hab ich auch gesehen ich dachte weil da zwei Leute drauf zu fand irgendeiner wird schon treffen ach es hat wieder so ne schöne Vorlage und es lag wieder oh oh nicht schön hab ihn noch die Rache der Lex oh an einem bin ich vorbeigekommen am zweiten leider nicht hier es war gar nicht schön oh mein Gott wie hat der denn denn oh fahr mal wieder nur im kreis oh no gary das war gar nicht schön ach komm das haben einfach alle sechs leute verkackt war doch gut jetzt geh ich mir rein siehst du h dieses team play oder heiß oder sehr da ist 50 ich habe es einfach nicht die dachpolitur zu machen gary warum ist doch eigentlich ganz einfach springen ja und mit der trifftaste nach links drehen und ist aufliegen aber entweder ich lade wieder auf den Rädern oder die Zeit rechtlich um ins Tor reinzukommen das ist so weit alter was tut mir in der Hölle was ja wer wird die dürfen sie nicht zu hart abziehen weil sonst weidet sie ja komm die lassen jetzt ein Tor schießen und gehen wir fürs brasil also 7-1 weiter ja wir haben direkt spekuliert aber das ist auch nicht das ist zu leise aber er beschwert sich über seinen Teamkollegen so viel habe ich verstanden ja konnte ich verstehen oh no oh 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 no hab ich oh nice richtig nice kommen alle raus ey bis auf das laggame haben wir einfach noch keine Nieder gezogen heute ne na ja das heißt unter fernbedingungen sind wir aktuell jedem Gegner überlege auch nein aber sonst hätte er ihn schon in der Luft bekommen also ein Wichster ich hab gedacht der trifft oh scheisse der war nice oder der war nice der war wirklich nice jetzt sagste nichts mehr das war skill aller grande ey und jetzt war es oh oh nicht so weit zurück Sorry! Do it! Come on! Ich wollte ihn! Boah! Oh 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 oh! Komm, flieg! Flieg um dein Leben! Nee! Sechs Loll ist glaube ich okay! Was? Er läuft noch! Ja, komm! Nochmal! Ja, nochmal! Das Spiel fand ich... Neun Punkte! Ja, ich auch! Elf! Ach so, ich wusste es! Es war so knapp! Was? Du hast ihn doch überholt! Oh mein Gott! Er hat mich tatsächlich noch überholt! Ich jetzt oder? Ja! Wieso? Drei Tore? Wie soll ich dich da nicht überholen? Ja, weil ich dir die Dinger vorgelegt hab! Und du hast eine Vorlage! Ja, weil man nicht immer eine kriegt, wenn man vorlegt! Aber guck mal! Du hast vier Torschüsse gebraucht, um zwei Tore zu bekommen! Ich hab drei Torschüsse, drei Tore! Ja, bei den geilen Vorlagen könnte ich das auch! Ist die B wieder schuld, ne? Ja! 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 Ja m-ja! Ja! Oh! Ich hab die Dach-Politur hinbekommen! So, und jetzt haben wir wieder Ausgleich, ne? Nach so einem 6-1 darf man jetzt nicht... Äh, nach so einem 6-0 darf man sich jetzt nicht... War das nicht 7-0? Ne, es war 6-0. Sicher? Ich glaube schon, ja. Oh, aber... Okay, begeistert bin ich von dem, was ich hier tut, oder nicht? Oh! Oh, mein Gott. Jetzt aber... Jo, ja. Komm, das war auch ne schöne Vorlage. Ja, die war aber auch... Schön, das muss ich zugeben, aber ich war fast zu langsam dafür. Ja, das ist der Moment, wo man es auf keinen Fall verkacken will. Oh. Hab ich. Ja, deswegen bin ich nicht ran, weil ich dich gesehen hab. Oh, das war auch... Oh, schade. Oh. Oh. Oh, der geht! Ach, komm. Nein, der geht nicht! Nein! Aber jetzt... Oh, komm, wir müssen eine Vorlage... Ne, nicht mehr das geht von dir. Aber komm, das war eigentlich ne schöne Vorlage. Aber du hast ihn immer überbührt, oder? Ja, aber der Schuss war doch von ihm. Stimmt, ja. Sag ich, ich warst du einfach noch selben Ball. Und den zweiten wollte ich nicht sonst da wohin ballern, da rum. Oh Gott. Ich hab ihn noch berührt. Ja, und ich kam nicht hin, weil ich keinen Boost mehr hatte. Also nicht Booster, oder keinen Jump mehr. Machst du? Oh, fuck. Oh, ne, 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 ne. Hä, das sah aus meiner Perspektive so mega krass nach drüber aus. Dann flog der extrem langsam, oder? Ja. Ja. Er war auch ne ganz schön lange Zeit drüber. Ich war rechts, Gary. Sure. Satz 2-2. Die übertreiben ganz schön. Ja, weil sie sonst nie treffen, weißt du da. Oh, scheiße, ich wollte ihn nur überlupfen, ein bisschen. Oh, der kommt. Nee. Ich bin raus. Oh, sorry. Hab schon. Oh, danke. Ich lieg vor. Nee, der kommt noch nicht. Ja, ich hab... Oh. Ich hab's versucht. Ich steh die ganze Zeit auf dem drauf. Ich konnte nicht lenken. Gefällt mir. Oh, fuck. Nein. Sorry. Hätt ich auch springen können. Ich hab damit nur so gar nicht gerechnet. Also, ich hab das... Ich hab die Lager-Ecke abgeschnitten vom Tor. Ha, fast. Du standest so weit drin, das hättest du sogar gehabt. Ja. Komm schon. Keine Niederlage jetzt hier. Nein, so knapp. Ja, ich hab's probiert. Ja, ich hab's probiert. Ich hab's probiert. Ich hab's probiert. Oh, nee. Okay. Ich hab' ihn hier wieder verlängert. Oh, no. Keiner im Tor, oder? Doch, ich. Doch, ich. Aber wir müssen jetzt auch ein bisschen Risiko spielen, weil sonst es eh zu Ende. Ja, 30 Sekunden. Lass mich. Sorry. Ah, schade, dass der aber auch da ist. Ups. Ich kam wieder nicht von der Wand weg. Ich hab' probiert, ein Verrückter zu machen. Ich kam wieder nicht weg. Oh, ja. Jetzt, jetzt, jetzt. Lass mich. Jetzt. Ah, Posten. Nein. Verdammt. Ja, 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 ja. Was? Oh, sauknapp. Sechs. Zweimal, verdammt knapp. Ah, sechs Minus. Ah. Ich hab' auch sechs Minus. Fünf. War klar. Du bekommst mehr Punkt und kriegst weniger Abzug. Und verliert weniger, ja. Ja, klar. Weil er der schlechtere Spieler ist. Das hängt ja quasi zusammen. Also mehr gewinnen und weniger verlieren. Oh, Mann. Das ist schon ziemlich mad grad. Ich war jetzt zwei in Folge, oder? Was? Das war ein Sieg und eine Niederlage. Das war ein Sechs Null und jetzt die Niederlage gerade. Das heißt, das ist eine Schade im Sunde jetzt. Oh, okay. Oh, okay. Ich hab' auch. Oh, ich hab' auch. Oh, ich hab' auch. Oh, ich hab' auch. Oh, ich hab' auch. Da geht grad gar nichts. Haben wir wieder ein Leck gehen? Ja, aber die schießen wir einfach. Ja, aber die schießen wir einfach. Ja, aber die schießen wir einfach. Ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt schnette. Ich hab' auch. Nee, ist auch wieder gut. Ich glaube, es hat sich gefangen. Ja. Ich mach' es. Alter, alter, alter. Alter, alter, alter. Die hab' ich grad hier aber richtig schön gangbang gemacht, ey. Oh. Ich war leider nicht da. Wir gehen aber auch immer zu dritt auf den Ball. Soll ich jetzt oder? Nee. Jetzt hörst du. Ah. Parade? Ja, Parade. Okay. Okay. Ah, warte. David. Ich. Oh, shit. Wollte ihn nur rüberschießen. Wollte ihn nur rüberschießen. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Alter. Ja, war klar. Nee, da hab' ich angeschubst. Oh, nee. Der ist hoch. Aber Nachschuss. Weil keiner mehr drin ist. Oh, mein Gott. Oh, der geht. Der geht. Oh, der geht gut. Oh. Ja. Zugang starte ich doch noch. Wie du mit deinem Nitro hinterhergegangen bist, ey. Es ist so geil. Okay, Respekt. Das Tor ist geil gewesen. Oh, das. Ab. Haben sie mich zu zweit rausgedrückt beim Anstoß. Ab wieder. Oh, schade. Oh, shit. Wollte extra nicht von unten gegen fahren. Oh, leck. Kommt der? Oh. Dressen halt. Ich versuch, ich versuch. Schade. Okay, den hab ich nicht sofort gesehen. Bei dir davor waren definitiv besser. Not up. Oh, schade. Der war ein Tick früher dran. Kommt wieder. Nein. Ich steh hin. Was? Ja. Bei mir ist lag scheinbar auch wieder da. Nein. Oh, da war's. Scheiße. Nö. Ich bin drauf zugefahren und also zur Seite. Also komm, das kann man aber gewinnen. So schwer ist das jetzt nicht. Oh, ich hab verpasst. Auf falsche Richtung. Oh, oh mein Gott. Aber mega falsche Richtung. Nee, ich wollte die Glanzparade haben. Das macht keinen Unterschied. Ups, sorry. Ich wusste nicht, dass du kommst. Er kommt in die Mitte. War so klar, dass der vor mir dran ist. Wir nehmen gerade alle Bälle weg. Passt schon, passt schon. Vorlage. Oh, nice. Habe ich schon. Ja, ist doch gut. Seid sehr schön, dass ich dafür eine Vorlage bekommen habe. Ja, weil du noch mal dran warst in der Luft, oder? Ja, schau, dann bist du dran. Doch, du warst dran. Und dann ich. Echt? Ja, du hättest es sogar ohne mich gemacht. Eigentlich hab ich in dir gespielt. Ja, egal. Ich hab trotzdem noch mehr Punkte, dann passt das. Oh, sorry. Oh, schöne Vorlage. Ja, war für Gary. Habe ich. War Vorlage für Gary, nicht für irgendjemand anders. Oh, oh, oh. Schau, wieder für Gary. Ja, ja. Was haben wir denn denn? Dongle, Dongle. Sehr schön. Oh, fuck, hast du mal das jetzt? Oh, mein Gott. Oh. 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 Ich geh voll drauf. Ich geh voll drauf. Du hast ihn einfach gegen mich geschossen und hast mich damit gesprengt. Oh, der geht rein. Da geht er nicht. Oh, fuck. Oh, schön. Schön ausgespielt. Der kommt. Habe ich. Ja, Retter. Ja, so schaut's aus. Oh, nein. Sehr schön. Ich hab. Ich hab schon. Okay. Oh. Alter, ich fliege schon wieder, was halbe will. Oh, oh, nicht schön. Cool, da hatten wir jetzt beide den Air-Kontakt und er hat die Punkte dafür bekommen. Oh, ich hab leider zu wenig Boost. Ja, komm, den hat aber schon in die Mitte gespielt. Oh. Ja, egal. Ja, zum Ende haben wir die Folge wieder als Sieg rausgedreht. Zehn. Plus zehn, ja. Zwölf, ne? Elf. Ah. Na ja, Leute, ich würd sagen, dann haben wir das hier auch wieder als Sieg gedreht und dann sehen wir uns in einer weiteren Folge und bis dahin, so und tschau. 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 Tschau.